So, habe ich noch irgendwelche Tränke dabei, die ich gerade mal benutzen könnte? Irgendwas Kleines? Top-Trank ist jetzt ein bisschen übertrieben, würde ich meinen. Also nicht. Warum reitet so bei einem Pokémon? Kannst du nicht schwimmen? Ich werde nicht gerne nass, du Penner, deswegen. Schwimmer, möchte kabbeln. Ich habe den Äther vergessen, ich Idiot. Los, Lee! Fliee! Mio los. Da werde ich das Sepa jetzt so gerne one-hitted. Na egal, Item. E-T-A-Li! Dönerblitz. Jetzt fängt man zu nerven, oder Mio? Findest du auch. Aha, da ist ja das Level 33, was ich eben haben wollte. So, jetzt aber hier. Ab gegen das Sepaer. Gleiches Szenario wie eben, du hast nur ein Level mehr, aber das dürfte ja kein Problem sein, oder? Und ein Seemon, wir steigern uns. Hoffentlich hat der keine Eisstrahle oder so'n Blödsinn. Gibt's immer noch ein armer, kleiner Drache, deswegen. Und? Nur ein Blubber. Okay, der war sehr gut. Also, nicht sehr gut, was für uns sehr gut ist. Ne, musst du ja andersrum denken. Gut. Und noch ein Sepaer zum Abschluss. Tja, hier wird alles trainiert. Außer alles, was nicht Lee ist. Aber egal. Und es ist... Level 10. Ne, komm, Lee, weg. Nein, Lee, weg. Weg, 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 weg. Okay. Die Schauminsel sind ein stiller Zufluchtsort. Ja, und du störst meine Ruhe. Möchte ganz schön halten, möchte kabbeln und setzt Simon ein. Los, Lee. Spannungstherapie. Mag ein bisschen einseitig gerade wirken, aber das ist halt, weil... Nur Wasserviecher gerade gegen uns kämpfen. Würde jetzt ein Drache neben uns stehen, also das wäre ja dann was anderes, ne? Uh... Donnerwitz hat also keine hundertprozentige Trefferwahrscheinlichkeit. Gut zu wissen. Na, aber immerhin, seh ich was, auf 30 kriegen wir One-Headed. Noch ein Simon. Oh nein. Das Verteidigung ist ganz schön am Arsch. Im Moment kann das sein. Ja. 34, sehr schön. Schluss, Bramiss. Ja genau, verpiss dich von meinem Seeschaumkram hier. Meins, alles meins. Seeschauminsel. Pokémon. Teratox Surf. Bist du ein Trainer? Ich lasse mich gerne mit den Fischen trainen. Du bist leider ein Trainer. Scheiße. Habe jetzt nicht mit gerechnet. Wie viel hast denn du? Eins. Oh, das wollte ich aber mit Lee kaputt machen. Wahrscheinlich macht der jetzt nie nie nieder. Mit seiner scheiß Hornattacke. Los, Mew. Psycho-Chinese. Was mich ja jetzt brennend interessieren würde, ist, ob ich mich hierhin fliegen kann. Oder nicht. Was? 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 Sieht nicht so aus, als würde ich mich hierhin fliegen können. Schade. Ich überlege gerade, ob in der Seeschauminsel an sich noch Trainer sind. Na immerhin ist Lee ein Stück gewachsen. So, Teratox, surfen wir los. Auf der Zinnoberinsel befindet sich ein Pokémon-Labor. Echt? Da war ich noch nie. Möchte gern Schönheit, möchte kabbeln und setzt was ein? Ein Quapsal. Los, Lee. Donnerblitz. Sehr effektiv und Tschüss, Quapsel. Ein Gollking, sehr schön. Raus mit dem Gollking. Donnerblitz. Mal gucken, wie viel übrig bleibt. So viel. Wir müssen noch stärker werden, das geht so nicht. Dann bleibt zu viel übrig, Lee, bei diesem Gollking. Den Volltreffer hättest du vorher wieder machen sollen. Müssen. Warte. Worauf? Ich bin von der Zinnoberinsel hier rüber geschwommen. Mann, da bist du richtig weit gekommen. Supergirl möchte kabbeln. Supergirl setzt Goldini ein. Los, Lee. Rache an allen Goldinis. Das Goldini-Massaker. Und ein Gollking. Auch das wirst du grillen, weil darum... Los. Volltreffer, 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 Volltreffer. Schade, wieder nicht. Vergiss es. Wenn du mit Superschall kommst, dann komm ich gleich wieder mit Donnerblitz. Ich hatte überlegt, ob ich eine Sternschauer nehme, aber wenn du mir so kommst, bist du tot. Lee versucht, Slam zu erlernen. Schon wieder. Will ich diesmal eine Attacke? Weißt du was? Ich gucke jetzt einfach mal nach, ob Sternstauer oder Slam besser ist. Wenn ich schon so oft gefragt werde, dann sollte ich vielleicht mal... Wieso ist das überhaupt bei bisa-fans.de, diese komische VM-Liste? Das macht irgendwie... Ich hätte jetzt irgendwie mehr so mit Pokowiki gerechnet. Na komm, einen zurück. So. So. Slam. In späteren Editionen wird dir wenigstens angezeigt, was davon du irgendwie mal als Dings bekommst. Also was die ja jeweilige Attacken tun. Aber hier, da rätst du dir ja nur einen Bund. Es sei denn, du hast einen Spieleberater gekauft. Slam ist eine Attacke vom Typ Normal. Dessen bin ich mir sowieso schon sehr bewusst. Ja, ja. Hm, Levelanstieg ist mir gerade egal. Ich würde gerne mal ein paar Stadien, Statusse wissen. Aus der ersten Generation. Ja, wie sind die Statusse? Schädiggegner und zusätzlich mit welchem... Hallo? Okay. Auswirkung, Kontakt, Attacke, Levelanstieg. Ja, komm, jetzt gib mir mal ein paar Werte. Es gibt keine Werte zu slammen. Wieso gibt es keine Werte zu slammen? Das ergibt keinen Sinn. Im Sammelkartenspiel fügt das... Ja, ist mir gerade egal. Hier würde mal irgendwo stehen, was Slam alles kann. Ah, Level nach Generation. Achso. Ach, da ist die Liste, wo steht, was da für Angriffe sind. So, wir haben es gleich, wir haben es gleich. So, Stärke 80. Genauigkeit 75. Mhm. Also nur dreiviertel Chance überhaupt zu treffen mit dem Ding. Suche ich mal noch schnell nach Stern... Schau... Suche läuft, Sternschauer gefunden. So, Sternschauer hat ein... Ein, 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 ein... Alter. Stärke 60, Genauigkeit trifft immer. Ich werde jetzt nicht 20 Stärke mehr nehmen, dafür, dass ich da nicht treffe, eventuell. Also da bleibe ich dann lieber... Scheiß auf diese 80, wir bleiben bei der 60. Dementsprechend werden wir Slam auch das zweite Mal nicht lernen. Ich bin enttäuscht. Fresse. Ich sag, welche Attacken hier gelernt werden, welche nicht. Mein Freund hat mir eine große Perle geschenkt. Ey, Perle! Ist das auch eine Perle von mir? Ich hab zwei. Möchte ganz schön, ich möchte kabbeln und setzt einen Muschers ein. Muschers, Muschers, Achtung, gefährlich! Boah, mir fallen gerade so viele blöde Sprüche ein. Das glaubst du nicht. Erst komm ich hier dann mit zwei Perlen, dann sind sie mit ihren Muschers und wahrscheinlich kommt gleich noch... ...weiß ich was für ein Ding. Immer schön Donner blitzen, bevor die Viecher auf die Idee kommen, irgendeine Eisattacke einzusetzen. Bist du ein armer kleiner Drache. Da ist er wieder, unser erzfein Austaus. Okay, Lee, vernichte es! Du schaffst das! Verdammt, wieder nicht! Aber sieht schon besser aus als beim ersten Versuch. Das Ding zieht uns trotzdem noch viel zu viel ab. Und unser Angriffssing, das ist nicht gut. Denn schau mal! Was? Kein Level 36, ich bin enttäuscht. Lass die Finger von meiner Perle! Dann hör auf mir deine Muschers entgegenzuschmeißen. Das ist nur auf ne Einladung, ja? Denn Tocher! Ne, das ist unter deiner Würde, komm weiter. Mein Vogelpokémon hat mich hierher getragen. Vogelfänger setzt Ibitac ein. Kein Problem für Lee, denn Lee ist elektrisiert. Sie ist nicht wirklich gut zu vögeln. Denn sie hat haufenweise Blitzattacken. Beziehungsweise eine, die auch gegen sündliche Wasserviecher eingesetzt wird. Im Prinzip bist du eben mit dem Elektropokémon sicher auf der Route. Alle brauchen Elektropokémon, wenn man Lee hat. Na komm! Aua! Gib mir weg mit deinem Ruckzucki! Donnerblitz! Aber richtig! 36! Oh nein! Oh doch! Als muss ich meinen Vogel mal wieder einsetzen. Was gibt es hier bei Problemas? Ich sollte das lassen. Das ist aus Synchrogründen einfach nur problematisch. So, ich würde mal sagen, ich richte mich hier aus und surfe so lange geradeaus, bis ich die Plattform finde, dann dürfte ich da sein, wo ich gerade war. Tentara! Tentara in 3, 2, 1! Tentara in 3, 2, 1! Tentara in 3, 2! Ach, fuck drauf! Wenn keiner mit rechnet, sind die Vier da? Level 30. Nee, 10. Nee, komm, Li. Nein, böse. Jetzt hier nicht übermütig werden, Li. Schau dir meinen gestellten Körper ruhig an. Wirk? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Hey! Warum sitzt du eigentlich auf einem Pokémon? Ach, keine Ahnung, weil das Wasser ein bisschen unter Strom steht. Oh, mein gestellter Körper schmilzt. Boah. Weise Entscheidung, Stern, du weise Entscheidung. Hier hast du ein paar Sterne. Waschlappen. War... Ich bring dich um. Machst du auch gerade Urlaub? Nein, ich bin im Training. Supergirl, möchte kabbeln. Und setzt Tent Arra ein. Auf 30. Los, Li, blitzen. So, erstes Knöllchen verteilt. Übertretung und Entretung des Geschwindigkeitstempos. Seepär. Gefährdung der Öffentlichkeit. Blitzen. Ja, ja, dann wäre es nicht schon mal auf Seifenblasen ausgerutscht. Und als letztes. Juch, du Scheiße. Streck mir nicht so fies deine Zunge raus. Beamtenbeleidigung ist das. Los, blitzen. Bitte geh drauf, bitte geh drauf, bitte geh... Das wäre problematisch gewesen, hätte das Viech uns erwischt. Ganz kleine Gnade, nö. Natürlich nicht. Dazu habt ihr mich viel zu lang genervt.